Das Böse begrüßt euch zurück hier bei Dark Souls und wir begeben uns jetzt zurück zu den Gargoyles. Ah, die Glockengargoyles, die halten mich hier ordentlich auf Trab. Und eigentlich sollte das hoffentlich jetzt ein bisschen besser gehen, also ich weiß nicht warum, aber ich hoffe es einfach. Das Problem ist halt der zweite, der dann anfängt Feuer zu spucken. Man kommt dann einfach partout nicht mehr dazu, in irgendeiner Weise den Flakon zu nehmen. Aber ich habe es auch geschafft, dem einen Gargoyle seinen Schwanz abzuhacken und habe damit jetzt eine Gargoyle-Axt erhalten. Was natürlich richtig geil ist, also ich freue mich darüber tierisch. Ähm, aber das Problem ist halt, dass es ziemlich schwer ist. Ah, so geht es schon mal ein bisschen besser. Das war mir noch nicht perfekt, aber naja. Bisschen was, wiegt eine Rüstung halt auch, ist einfach so. Hm, das war wieder super gut von mir. Macht auch mehr Schaden, ich meine gut, es ist verstärkt. Na. Na komm schon. So, dann wollen wir uns wieder diesen kleinen Scheißern hier widmen. Hallo, was war denn das gerade für eine scheiß Kameraperspektive? Die habe ich gerade auch so doof gedreht, irgendwie. Egal, wir versuchen es weiter. Geh weg. Drei Stück gekillt. Du bist down. Zwei Stück down. Du auch gleich, pass auf. Genau. Jetzt nämlich. Ich könnte jetzt nochmal einen Flakon nehmen. Und dann werden wir mal wieder den Gargoyles einen Besuch abstatten. Yay. Vielleicht muss ich auch einfach nur ein bisschen mehr leveln. Das kann auch sein. Wenn das der Fall sein sollte. Tja, dann muss ich das wahrscheinlich machen. Mal schauen. Aber ich werde es erstmal jetzt weiter versuchen und weiter und weiter. Ich weiß, dass es jetzt die nächste Folge nicht damit fülle, aber... Egal. So. Ups. Der haut aber ordentlich zu mit einer Wucht, ey. Nicht schlecht. Erstmal Energie wiederherstellen. Jawohl. So, da haben wir ihn wieder verwundet. Das Problem ist halt... Erst... Wirklich, wenn sein zweiter Kumpel damit ist. Dann weiß ich nicht, wie ich den noch besiegen soll. Das ist halt echt das Problem. Dass ich nicht weiß... Wie ich das dann anstellen soll. Also das jetzt hier soweit... Das geht mittlerweile? Na gut, das war jetzt gerade nicht so super. Jetzt kommt der zweite gleich, hm? Ja, war klar. How the fuck? How the fuck? How the fuck? How the fuck? Wie gesagt, ich weiß zum Teufel nicht, wie ich es mit dem zweiten Gargoyle machen soll. Kriegt man den irgendwie so weit, dass der es unterlässt, einfach mal eine Runde nicht zu speien? Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich nochmal ein bisschen leveln. Bevor ich da jetzt nochmal hingehe. Ich bin gerade... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie man das am dümmsten anstellt, einfach. Down. Kumpel. Komm halt her, hier. Ja, auch One-Hit mittlerweile. Ja gut, die Waffe ist auch nicht schlecht. Aber ich muss irgendwie versuchen, das noch ein bisschen zu verbessern, glaube ich. Geh weg. Die Gargoyle-Achse ist an sich auch eine richtig geile Waffe, aber... Bringt mir halt leider nicht so viel. Das ist halt das, was doof ist. Äh. Müsst du raus? Kommt sie jetzt hier raus oder kommt sie hier nicht raus? Sie hat sich auf jeden Fall bewegt. Ich weiß es gerade nicht. Kommst du raus? Die Biester sind echt ätzend. Äh, sie steht hier vorne rum. Glaubst du auf mich, du Sau? Guckt schon so. Ist mir egal. Bohnenstange. 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 Mh, ganz toll. Bohnenstange. 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 hinkriegen das ist halt nicht so einfach wie man das vielleicht denkt am anfang so komm her da hüpfst du wieder runter du feige sau der hat sein deutsch eigentlich schon fast bei mir durch irgendwie das sieht lustig aus ist gleich down das ist dein tod ich weiß das macht man eigentlich nicht aber warum sollte ich fair kämpfen wenn er das auch nicht tut so dann gehen wir hier oben wieder lang ist ja nicht so dass wir das nicht schon kennen würden diesmal bin ich ihm zuvor gekommen ist schon mal sehr gut die bin ich auch an zuvor gekommen manchmal haben die echt ihre beserker moden wo man so denkt so was zur hölle ist mit dir grad los also ganz ehrlich wenn hier so viele auf einen zukommen ist das echt gefährlich das ist kein witz hätte ich nie für möglich gehalten aber doch das ist wirklich so man dann ganz schnell dazu neigt die zu die ein bisschen zu unterschätzen das darf man insbesondere bei diesem gegner typ nicht tun weil die meistens halt wirklich in horden auftreten könnte man fast schon sagen und wenn die in so vielen massen auftreten dann ist das echt übel so aber jetzt können wir uns wieder dem gargoyle widmen oder dann halt auch gleich den gargoyles ich muss irgendwie gucken dass ich das irgendwie hinkriege ich habe keine ahnung wie wieder bis dahinten glocken gargoyle naja oh man ey wo war das noch gleich ich lauf grad eigentlich mehr vor ihm weg aha aber einfach nur um meine energie wieder zu kriegen das ist halt echtes problem wie macht man es richtig widmet man sich dann weiter dem hier den man dann schon attackiert hatte oder den zweiten davon diesem feuertypen dann das ist halt die frage aller fragen ne oh man und 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 oh man also nochmal so als notiz rollen möglichst vermeiden lieber mit dem schild arbeiten schlecht wirklich lieber versuchen das ganze mit dem schild hier abzufangen das geht zwar auch nicht besser aber dann rollt man nicht unbedingt in seine attacken rein weil dieses wunderschöne problem hatte ich jetzt schon öfter super flakon genommen umsonst quasi weil er es mehr oder minder mit seinen attacken unterbunden hat es ist echt nicht einfach das problem ist ja halt dass auch gleich sein kumpel wieder kommt man dann wieder auf sich alleine gestellt ist oh ist das dach nachher schon wieder zu ende weg 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 wo ist denn der zweite verdammt rechts ich habe so ungefähr überhaupt keine keine chance ich sitze hier und denke mir so wie zur hölle soll man das anstellen zwei von diesen drecksviechern kaputt machen wie einfach nur wie ich weiß nicht wie das gehen soll taktik überlegen ist ja schön und gut aber ich habe echt keinen peil das ist so du denkst dir so ja schön heute koche ich nudeln ich habe aber keine da ja ganz klasse was machen wir denn da ich glaube ich gehe mir eben doch noch mal ein paar seelen holen weil ich glaube ich möchte meine ausrüstung mal versuchen ein bisschen zu reparieren ich habe keinen bock dass es mitten im kampf dann kaputt geht weil dieses risiko gehe ich ja ein weil ja nun mal nur eine bedingte haltbarkeit irgendwo ist also eine begrenzte haltbarkeit wie auch immer wie kommt man eigentlich da hinten hin tschüss na komm her kumpel na also ich habe keine ahnung wie zum teufel ich den Gargoyle kaputt machen soll oder besser die Gargoyles das sind ja mittlerweile jetzt zwei aber es scheint bei zwei zu bleiben sagt das ist echt ein riesen problem sobald er seinen kumpel holt ist das ganze ding durch spinnst du was war das denn gerade jetzt mich verarschen oder so vielen dank ich glaube mehr seelen brauche ich jetzt auch gar nicht denn ich will mir eigentlich bloß meine ausrüstung wieder reparieren wie gesagt die Gargoyle achse ist auch echt geil aber zu schwer das ist reparieren das ist reparieren breitsperrt ja dreiecksschild das hat gelitten aber richtig obwohl kann ich noch mehr oh ja oh ja mein Hilm meine Lederrüstung eins kann ich noch was ist da wichtiger für mich das so sehr schön das heißt wir gehen jetzt wieder zurück und probieren es nochmal ansonsten muss ich halt wirklich mal seelenfarmen gehen und mir ein paar level ups gönnen die vielleicht in stärke investieren und in konditionen und sowas im übrigen glaube ich ist das ganz sinnvoll wenn ich den ablege ich glaube das ist besser also ich denke mal so bin ich jetzt auch wieder ein bisschen leichter oder naja nimmt sich nicht viel so na Kumpel komm komm her jetzt hier ich finde die Augen immer noch geil von den Typen komm halt hoch scheiße ne ne bist du tot? ja bist du sehr schön das heißt ich kann jetzt hier wieder hoch gehen und mir wieder diese Meute an Untoten hier ranzüchten jetzt mal seid ihr mir wieder zu Wort gekommen nicht gut komm her Oh Gott, weg! Wow, das war knapp. Weil ich keine Kondition mehr hatte, war das gerade echt tricky. Habe ich damit jetzt alle von euch kaputt gehauen, bitte? Ja, scheint so. Gleich Flakon hinterziehen. Ich würde ja auch gerne auf zwei Hand übergehen, das Problem ist bloß, dann habe ich keine Deckung mehr. Ich würde ja liebend gerne dann zum Beispiel mein Breitschwert wirklich in zwei Hände nehmen, weil da macht es ja denke ich mal ein bisschen mehr Damage. Aber das Problem ist halt, dann kann ich meinen Schild nicht mehr nutzen. Und es geht bei diesen Gargoyles, glaube ich, nichts Schlimmeres, als keine Deckung zu haben. So. Habe ich mir mein verlorenes Gut wieder zurückgeholt. Es bringt auch nichts, den hier irgendwie in die Ecke drängen zu wollen, weil er halt fliegen kann. Das ist natürlich uncool. Schade. Ich dachte, ich kann ihm vielleicht noch einen Schlag mitgeben, aber leider nicht. Der haut mit so einer krassen Wucht auf mein Schild rauf. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Dann haben wir mal immer einen harten Schlag. Nochmal einen harten Schlag ausgeteilt. So aufpassen hier. Wow. Das war so dermaßen knapp gerade. Bist du? So, wo bist du? Hier bist du. Ich habe überhaupt keine, aber auch wirklich gar keine Chance. Null. Ich wüsste nicht, wie zur Hölle ich das schaffen soll. Wie? Wie zum Teufel, wie? Verzweiflung. Macht sich bereit. Am besten ist es wirklich, wenn man beide sieht. Ich muss irgendwie versuchen, es hinzukriegen. Dass ich dauerhaft beide im Blickfeld habe. Dann kann ich halbwegs ausweichen, beziehungsweise blocken. Geschafft. Ja, ganz toll. Also ich glaube wirklich, es ist das Beste, wenn man beide sieht. Ja, späte Erkenntnis. Wahrscheinlich ist mir egal. Aber ich muss trotzdem irgendwie gucken, dass ich beide sehe. Weil wenn ich beide im Blick habe, dann ist es mir wirklich eher möglich, denke ich mir, da was zu blocken. Beziehungsweise auszuweichen. Zumindest diesen Flammen. Also ich weiß es natürlich nicht. Aber es ist so für mich so ein Logikdingens. Was man versuchen muss, beide im Blick zu haben. Das ist aber gar nicht mal so einfach. So. Wow, da kommen sie alle. Wow. Jedes Mal habe ich einen Schlag. Einstecken müssen. Wieder mal. Beide down. Wow, Mann, ey. Jetzt wieder zurück zu den Gargoyles. Ich werde das ewig versuchen. Also bei diesem Boss brauche ich irgendwie... Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich da jetzt gebraucht habe schon. Und die sind immer noch nicht down. Wow, ey. Das ist so bitter. So bitter. Aber ja, was soll man machen? Nein. Ist auf, tot. Schwäche, Blitz. Soll ich das vielleicht mal versuchen? Das ist nachher noch so mein Notanker, sag ich mal. Wo ist mein Zeug? Hier ist mein Zeug. Und... Nächster Schlag. So. Und... Nicht gut. Wo ist der andere? Hinter mir, natürlich. Okay, ich glaube, das war... Das Schlimmste, was ich hätte machen können. Ich kam nicht mal mehr dazu, ein Flakon zu nehmen. Ich wollte es halt versuchen, dass ich jetzt beide in den Blick kriege, aber... Ähm... War nicht möglich, irgendwie. Boah, verdammt. Wie macht man das? Er schafft das noch. Ich weiß bloß noch nicht wann. Boah, scheiße, Alter. Ich bin hier am Anfang des Spiels. Ich will nicht wissen, wie das nachher noch weitergeht. Seriously. Aber ist mir egal. Ich spiele weiter. Ich mache einfach. Ich mache... Und mache. Und mache. Soll ich es wirklich mal versuchen mit Blitz? Bloß das Problem ist ja, ich weiß nicht, wie lange das anhält. Ich glaube, wenn einer down ist, ist das nachher nicht mehr das Problem. Aber ich glaube, es ist besser, den down zu kriegen, der Feuer spuckt. Zuerst. Oder weiter den, der eh schon von mir malträtiert wird. Das ist natürlich die Frage, ne? Wie ist es am schönsten, am klügsten, am besten? Warum blockst du? Spinnst du? So. Komm. Ich habe keinen Bock, dass der mich pariert. Deshalb halte ich mich ein bisschen zurück mit meinen Attacken. Ich mache das immer erst, wenn er gerade angegriffen hat. Wie gesagt, die beherrschen das Backsteppen und parieren, beziehungsweise kontern. Was natürlich nicht so vorteilhaft ist. What? So, Kumpels. Da seid ihr ja schon. Du hast gerade deinen Kumpel da umher geschoben. Also die Leiche. Beide zerstört. So, ein bisschen die Ausdauer regenerieren. Na, Kumpels. Was macht ihr da die ganze Zeit? Traut ihr euch nicht weiter? Okay. Da ist noch einer. Und tschüss. Gut. Ich nehme trotzdem Flakon. Jetzt geht's wieder zu den Gargoyles. Oh, Mann. Verzweiflung. Ja, pass auf, Boss. Ja, ha, vielen Dank. Vielen Dank für diese Info. Wäre ich alleine nicht drauf gekommen, wenn ich vor denen gestanden hätte. Gott. How the fuck? Wie kriegt man die Daumen? Und wieder einmal liegt meine Energie da hinten irgendwo. Ganz schlecht. Ich habe immer zu meine Schild oben. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Wow. In dem Fall war es definitiv gut. What the hell? What the hell? Also den ersten kriegt man immer so relativ okay noch hin. Bis zu dem Punkt halt. Bis er seinen Ausrasten-Modus kriegt. Bis er seinen Ausrasten-Modus kriegt. Ich denke mal... Ich denke mal... Ich denke mal... Der andere hinter mir ist. Oder hinter mir sein will. Geht das nicht, weil hier ist ja das Ende vom Ganzen. Wow. Hat immer eine Wucht, ey. ... ... ... ... Es ist unmöglich. Schlicht und ergreifend unmöglich. Ich weiß, beim besten Willen nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich glaube, ich versuche das jetzt wirklich mal mit dem Blitz. Ich habe keine Ahnung, wie lange das anhält. Aber Gott, was habe ich zu verlieren? Das werde ich dann machen, bevor ich den Raum betrete von dem Gargoyle. Dann mal schauen. Vielleicht habe ich mir das jetzt auch die ganze Zeit nur unnötig schwer gemacht. Ähm. Weil es im Prinzip ja so einfach geht. Ich muss es ausprobieren. Ich hoffe, dass man das irgendwie vielleicht nochmal nachkaufen kann. Weil dieses Goldharz scheint mir doch sehr wertvoll zu sein. Wow. Also dadurch, dass der zweite noch Feuer spuckt, ist das so ungefähr unschaffbar. Zumindest im Moment. Aber ich bin ein guter Ding, dass ich das irgendwann mal hinkriege. Und wenn das nur 20 Jahre dauert. Ja, stimmt. Du kommst ja auch noch wieder, Kumpel. Na. Na. Ich finde es immer geil, wenn er dann eine andere Haltung einnimmt. Hat auf jeden Fall Stil irgendwie. Ja, das war es mit dir, würde ich mal sagen. Kann man nicht plündern. Nein, natürlich nicht. Schade eigentlich. So, jetzt kommen hier wieder diese ganzen kleinen Kackviecher hier. Tschüss. Ich schaff's auch nie irgendwie hier ohne... Ohne Dings raus, ne? Ohne, dass man mich hier irgendwie mal trifft. Was? Achso, meine Ausdauer war gerade down. Ist nicht euer Ernst hier, ey. Die sind so scheiße, die Viecher hier. Ist schön, dass ich nicht getroffen hab. So. Beide down. Sehr schön. Wieder einmal ein Flakon zu vornutzen. Müssen gleich mal gucken, erst mal. Da. Goldharz. So, das werde ich gleich einmal nehmen. Nämlich dann, wenn ich vor der Tür stehe oder vor der Nebelwand. Und werde es mal ausprobieren. Ich habe ja keine Ahnung, was da passiert, aber es heißt ja, fügt Blitz hinzu. Da bin ich jetzt sehr gespannt, ob das so funktioniert oder ob das eben nicht so klappt. So, wollen wir es mal machen? Ich bin gespannt. Wo liegt mein Zeug? Irgendwo ganz weit hinten. Natürlich ganz hinten am hintersten Ende. Wow. Das macht ja richtig derbe Schaden. Ich möchte auf jeden Fall meine Seelen wiederhaben. Ich möchte meine Seelen bitte wiederhaben. Okay, jetzt können wir weiterkommen. Es klappt nicht. Ach ja, ist das schön, wie das einfach mal nicht funktioniert. Irgendwie blieb das auch nicht besonders lange da dran, ne? Tja, liebe Leute, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Leveln oder was? Das ist die ultimative Frage eigentlich, ne? Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ich meine, ich finde diese Gegner einfach schon cool, ja? Die sind sicherlich auch nicht so schwer. Und dieser Blitzschaden ist ja wahnsinnig geil. Aber irgendwie hält das ja nicht besonders lange an an der Waffe. Ich bin jetzt gerade ehrlich am überlegen, was ich jetzt mache. Fange ich an zu leveln? Oder was mache ich jetzt? Weil ewig immer dasselbe Sehen ist ja auch für euch doof. Dass ich die Bosskämpfe drin lasse, ist logisch. Oh, ne, ey. Dass ich die drin lasse, diese Bosskämpfe, das ist klar. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber... Das leveln muss ich jetzt ja nicht unbedingt drinnen lassen, oder? Ich habe auch gesagt, dass es nicht unbedingt sein muss. Ist natürlich okay, wenn... Wenn es nicht drin ist, ist es auch nicht schlimm. Klar, es gehört dazu, selbstverständlich, aber... Hier sind es halt... enorme Ausmaße vom Leveln, ne? Also es ist jetzt nicht mal, ich level mal gerade kurzen... ein, zwei... Minuten und dann ist gut. Das... bewegt sich jedoch schon in einem ganz anderen Rahmen. Ist nicht euer Ernst, ey. Zu Stress, oder was? Stirb. Stirb. Nein, okay, stirb nicht. Warum auch? Ich muss hier weg. Geh weg. Alter, ey, damit sind diese Viecher mich hier halb nieder, ey. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Egal, ich nehme mir noch einen, damit ich volle Energie habe, wenn ich in den Kampf gehe. Meine Blitzschaden an sich war schon nicht schlecht. Aber leider... hat auch das nichts gebracht. Wahrscheinlich muss ich echt irgendwie... mir die Waffe noch mehr verstärken. Ich habe ja noch kleine Scherben. Das wäre also auch noch eine Idee, die ich da... bedenken könnte. Meine eigene Stärke leveln. Da hinten ist natürlich wieder meine Energie. Wie sollte es auch anders sein? Was? Natürlich. Natürlich trifft er mich, selbstverständlich. Warum auch nicht? Ja, es war knapp. Ich sage so, den ersten alleine, den würde ich vielleicht noch down kriegen. Aber mit dem zweiten... ist das für mich gerade nahezu unschaffbar. Das heißt auch für mich, ich muss auf jeden Fall was an mir, eine Taktik überlegen. Beziehungsweise... Weiß ich nicht. Stärkere Waffen stärken, also meine Levels irgendwie hoch. Meine Statuswerte etwas aufleveln, ja. So halt irgendwie. Anders kann ich mir das gerade nicht vorstellen. Jetzt kommt doch gleich so ein Kumpel wieder. Hm, da hinten ist er schon. Ich muss hier ganz dringend weg. Wie zum Teufel soll man das bitte schaffen? Ich weiß es nicht. Das geht nicht. Wirklich nicht. Ja, natürlich. Oh, Mann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich mache hier erstmal kurz einen Cut. Ich muss erstmal überlegen, was ich mache. Und dann sehen wir uns spätestens bei den Gargoyles wieder. Vielleicht level ich in der Zwischenzeit, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall werdet ihr den nächsten Kampf gegen die Gargoyles sehen. Und bis dahin. Tschüss.